was du dabei hast. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Meine Lieben, ein bisschen unterwegs auf großer, sorgenfreier Ton. Die erste Frage, gibt es heute sorgenfreie Menschen in Magdeburg? Ich hoffe, ihr seid alle sorgenfrei. Ich frage mal andersrum, gibt es irgendjemanden mit großen Problemen, über die wir reden sollten? Sie haben große Probleme? Ach, Quatsch! Ja, das bisschen. Das wird schon. Ich finde, man muss morgens aufstehen und sagen, naja, es kann heute kommen, was will, ich bin heute sorgenfrei. Meine Lieben, wir sind unterwegs und ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon mitbekommen hat, im März habe ich sie vorgestellt, meine erste Single aus dem neuen Album Sorgenfrei, bei Florian Silbereisen. Und wir haben ja kurz über nachgedacht. Ich bin ganz ehrlich, kurzzeitig war diese Überlegung, die erste Single, Scheißegal, kann man einen Song so nennen im Schlagerbereich? Es gibt zwei Leute, die haben nicht verstanden, was ich mit Scheißegal leide, denn dieses Scheißegal ist das positivste Scheißegal der Welt. Es steht für Scheißegal, heute esse ich zwei Stück Kuchen, Scheißegal, die Hose sind ein bisschen eng, Scheißegal, wir gelieben das Leben. Hier ist sie, die erste Single aus dem Album Sorgenfrei, hier ist Scheißegal.